ja mit einem feuer steht er ist viel einfacher ich kann aber noch kein feuer schild fireball fireblast haste haste ghostflame fireburst fireburst forging flames also das klappt nicht was passiert wenn ich dich habe ich mich jetzt verguckt ist wahrscheinlich nein das ist kein so ein gegenstand okay okay ich bin schon mal wieder rausgekommen ohne dass jemand sterben musste stehen bleiben feuerwerder werden nicht abgeschossen solange ich mich nicht bewege das letzte bewegen war uns zu viel mhm dieses mal konnte ich aus dem menü laden und vielleicht sollte ich einfach mal gucken wo die quicks quick load taste ist das ist glaube ich einfacher so so okay gleich mal die regeneration erneuern okay das hat geklappt jetzt bin ich erstmal was safe nein äh so 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 puh puh Dinos Dinos und wahrscheinlich geht die Tür hinter mir zu aber sie sehen aus wie grüne Dinos 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 okay okay sie beißen gut zu sie beißen gut zu Talisa jo ich glaube aber nicht dass das jetzt viel bringt beim fireball fireball das ist der hier okay so so Ich boxiere mich gerade in eine Sackgasse. Ein Lysartfang und ein Lysartsteak. Macht ein bisschen satt. Rückzugspunkt. Um mich hochzuheilen. Oh, und dann soll ich mal gucken, wer als nächstes das Amulett gebrauchen könnte. Du hast ja schon dein Level Up gehabt auf Level 14. Du jetzt auch gerade eben. Dann könntest du es gut gebrauchen. Noch mal grad gucken. Wie sieht der Feuerball? Achso, die drei. Wenn sie nämlich jetzt schon den Feuerball hat, sollte sie ihn auch einsetzen. Vor allem, dass ihr jetzt ja den Greater Fireball habt. So, ein Level Up für ihn. Da habe ich ja gesagt, Earth Magic. Wenigstens zwei Punkte in Earth Magic. Du kannst das mal essen. Machen wir das Level Up, sobald wir etwas Luft dazu haben. Bei dir habe ich gesagt, gehe ich jetzt fuller auf Swords und dann auf Armor weiter. So, mehr Levels Punkte. Bei dir zwei in Erdmagie, dass du Wapos, näher, das interessiert mich schon im Wapos, näher, was das ist. Spellcraft, wie sieht es eigentlich bei Spellcraft aus? Na, geben wir noch die zwei Punkte in Spellcraft erstmal für einen Punkt mehr Willpower. Gut, sonst noch wer. In die Main Hall komme ich schon mal nicht. Also, ich muss sagen, das war jetzt mal im Gegensatz zur bisherigen ein recht angenehmer Fight. Gut, ich gucke noch mal ganz kurz in die anderen Ort da rein. da drüben in die in die in die Bridge. Das war falsch. Au. Das war auch falsch. Na, komm. so, so. Bridge vogue. ... ... ... ... ... ... ... Was gibt's da unten? Hier eine Menge rote Spinnen. Okay. Ich hoffe, ich habe vor dem Öffnen gespeichert, oder? Nein. Gut. Dann mache ich jetzt hier einen Cut und speichere auf Screen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Bis dann.